Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Im Streit um die geplanten neuen Sicherheitsdienste in der DDR hat Ministerpräsident Modrow heute eingelenkt. Vor der Volkskammer in Ostberlin gab er bekannt, dass vor der Wahl am 6. Mai kein Verfassungsschutz und kein Nachrichtendienst gebildet würden. Damit wurde ein drohendes Auseinanderbrechen der Koalitionsregierung abgewendet. Modrow hat in seiner gestrigen Regierungserklärung noch an den neuen Sicherheitsdiensten festgehalten und war deshalb in der heutigen Debatte von seinen Regierungspartnern, den ehemaligen Blockparteien, scharf kritisiert worden. Zur Volkskammer-Sitzung in Ostberlin, Klaus Richter. Mit Beginn der Volkskammer-Sitzung treten Ostberliner Taxifahrer in einen Warnstreik. Sie fordern Chancengleichheit für die Opposition, die Bildung freier Gewerkschaften und die sofortige Auflösung des Staatssicherheitsdienstes. Im ganzen Land drohen Streiks, sollte die Regierung einen neuen Verfassungsschutz einrichten. Auch in der Volkskammer bläst im Kabinett Modrow der Wind scharf ins Gesicht. Die früheren Blockparteien gehen zur SED auf Distanz, stellen gar die Koalition in Frage, wenn der Reformprozess nicht schneller voranschreitet. Damit wirklich freie Wahlen am 6. Mai in einem gesunden politischen Klima stattfinden können, muss sich die von der SED-PDS dominierte Regierung schleunigst und entschieden und in allen ihren Maßnahmen von den Übeln der alten Ordnung und den dafür zuständigen Strukturen trennen. Die LDPD zieht ihre Minister aus der Regierung ab, während dieser Forderung nicht mit Konsequenz entsprochen wird. Ministerpräsident Modrow muss nachgeben. Um den Bruch der Koalition, damit seinen Rücktritt zu vermeiden, kündigt er entscheidende Änderungen seines Programms an. Darin wird einbezogen sein, dass wir die Entscheidungen, die zu einem Amt für staatliche Sicherheit getroffen sind, aufheben werden. Somit wird es vor den Wahlen keinen Verfassungsschutz geben. Aber das Erbe der alten Stasi sorgt kurz darauf in der Volkskammer für Unruhe. Die Sitzung wird unterbrochen. Die Abgeordneten sind empört, denn der stellvertretende Generalstaatsanwalt erklärt, leider komme seine Behörde an die Akten der Stasi nicht heran, die Räume seien versiegelt. Daher habe man noch in keinem Fall Anklage gegen ehemalige Funktionäre erheben können. Die Abgeordneten werfen ihm und dem Präsidenten des obersten Gerichts Lüge, Vertuschung und Verschleppung vor. Ohne Gegenstimmen wird beschlossen, Disziplinarverfahren einzuleiten. Die Volkskammer hat ihren Skandal. Die Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Abgelöst wurde heute der Ostberliner Regierungsbeauftragte für die Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit, Koch. Nach den Worten von Ministerpräsident Modrow hat sich Koch nicht als fähig und kompetent erwiesen. In der heutigen Volkskammer-Sitzung wurde der Weg freigemacht für die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit ausländischen Firmen. Ohne Gegenstimmen belichten die Abgeordneten eine entsprechende Verfassungsänderung. Die Regierung will nun am 25. Januar die noch ausstehende Verordnung beschließen und dann im Oktober im Parlament über die Bühne bringen. Bislang ist vorgesehen, dass die Beteiligung von Ausländern an Gemeinschaftsunternehmen in der Regel auf höchstens 49 Prozent beschränkt wird. Vor einer derartigen Begrenzung ausländischer Beteiligungen warnte heute der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel bei einem Treffen mit Ministerpräsident Modrow in Ostberlin. Freundlichkeiten auszutauschen, zu diesem Zweck war der CSU-Vorsitzende und Finanzminister Theo Weigel heute Morgen nicht nach Ostberlin gekommen. Ministerpräsident Hans Modrow trug er die Bedenken vor, die sich im Wesentlichen auf zwei Punkte konzentrieren. Erstens, die CSU ist besorgt, was die Chancengleichheit der Opposition beim kommenden Wahlkampf angeht. Von besonderer Bedeutung ist für Theo Weigel auch ihr Zugang zu den Medien. Zweitens, die Reformansätze in der Wirtschaft gehen dem Finanzminister nicht weit genug. Polen und Ungarn schweben Theo Weigel als Beispiel auch für die DDR vor. Das ließ er Finanzministerin Nickel wissen. Hier hat es nun in den letzten Tagen eine gewisse Ernüchterung eingesetzt, weil das, was bisher vorliegt an Investitionsschutzabkommen, an Entwurf dazu, an steuerlichen Voraussetzungen, dem nicht gerecht wird, was eine flexible und effiziente Wirtschaft eigentlich verlangt. Wir wissen, dass unsere Steuer so hoch in der Progression festliegt, dass sie ja auch in unserem Lande nicht immer Initiative ausgelöst hat. Und deshalb, Sie haben das gehört gestern, wir müssen ganz engagiert und, ich darf sagen, schnell an die Sache herangehen. Grund des Besuchs der CSU in Leipzig, die Partei will sich über die Sorgen der Opposition informieren. Von der DDR-CSU bis zum demokratischen Aufbruch waren Vertreter erschienen. Wird die CSU die Opposition finanziell unterstützen? Wenn Sie eine solche Hilfe wollen, Sie auch eine solche Hilfe erhalten sollen, die offen und ohne Bedingungen gegeben wird, die transparent gemacht wird und die noch längst nicht das an Chancengleichheit herstellt, was die SED aus der Vergangenheit auch heute noch mitbringt. Die kommunistische SED-PDS ist im Streit um das geplante Wahlgesetz zu einem Zugeständnis bereit. Materielle und finanzielle Hilfen aus dem Ausland sollen entgegen der bisherigen Planung nicht verboten werden. Auf der anderen Seite vertritt die SED-Führung aber die Auffassung, dass nur Parteien bei der Volkskammerwahl am 6. Mai zugelassen werden dürften. Dies richtet sich beispielsweise gegen das neue Forum, das sich am vergangenen Wochenende ausdrücklich als Bürgerinitiative und nicht als Partei konstituiert hatte. Kinderbekleidung wird vom kommenden Montag an in der DDR beträchtlich teurer. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN werden die Preise so stark angehoben, dass für diese Artikel keine Subventionen mehr aus dem Staatshaushalt bezahlt werden müssen. Kinderstiefel sollen beispielsweise bis zu 150 Prozent mehr kosten, Hosen bis zu 140 Prozent. Insgesamt würden die Preiserhöhungen rund 2 Milliarden DDR-Mark ausmachen. Zum Ausgleich werde das Kindergeld entsprechend angehoben. Die DDR kann nach Angaben von Bundesaußenminister Genscher schon vor 1993 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden. Vor Journalisten in Bonn sagte Genscher heute, die EG stehe für die DDR aufgrund ihres Sonderstatus offen. Genscher nannte drei Formen einer möglichen Annäherung an die Gemeinschaft. Die Assoziierung, die Mitgliedschaft als eigenständiger Staat, sowie eine Mitgliedschaft im Zuge der Entwicklung zur deutschen Einheit. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat bei seinem Besuch in Litauen ein Gesetz angekündigt, das den Austritt einzelner Republiken aus der Sowjetunion möglich machen soll. Er ist für drei Tage nach Vilnius gekommen, weil sich die litauische KP von der sowjetischen abgespalten hat. Ihr wollt raus aus der Sowjetunion, ja oder nein? Ja, riefen die Litauer. Da wurde Gorbatschow böse. Ich frage deswegen, damit die ganze Sowjetunion weiß, wie ihre litauischen Brüder entscheiden. Aber ich warne Sie, man darf kein politisches Spielchen machen, wenn es um das Schicksal von Völkern geht. Und rastlos nutzte Michael Gorbatschow heute jede Minute, um die Litauer doch beim Sowjetreich zu halten. Ein Prediger in Sachen Einheit, er drohte und lobte. Vor der Drohung hatte er gestern Abend den Litauern auch versichert, nach der geltenden Verfassung sei ein Austritt von Einzelrepubliken aus der Sowjetunion möglich. Aber es müsse erst noch ein gesetzliches Verfahren dafür festgelegt werden. Nicht nur die Leute auf der Straße, auch die politische Führung Litauens hat heute Gorbatschows Ankündigung als vages Versprechen, sogar als Täuschung zurückgewiesen. Und sie werden immer mutiger. Ein Arbeiter griff Gorbatschows Wort vom gemeinsamen Haus auf und rief ihm von einem Laternenmast aus zu. Es wäre doch einfacher, erst mal die eigene Wohnung in Ordnung zu bringen, statt gleich das ganze Haus. Aber sie wollen beim Ordnen doch nicht die ganze Wohnung mitnehmen, fragt Gorbatschow. Und er warnt auch hier wieder, bitte ordnet das Haus, ohne es zu zerstören. In der Sowjetischen Republik Aserbaidschan halten die Unruhen an. Nach Angaben der Moskauer Regierungszeitung Izvestia kam es in der Industriestadt Linkoram zu einer Revolte gegen die örtliche Parteiführung. Eine Volksfront habe die Macht übernommen. Auch in der Hauptstadt Baku wurde die Regierung zum Rücktritt aufgefordert, weil sie unfähig sei, den Konflikt um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte autonome Region Bergkarabach zu lösen. Tag der nationalen Trauer für die Opfer des Ceausescu-Regimes in Rumänien. In Bukarest endete er mit einer Protestkundgebung gegen die Beteiligung von Kommunisten an der Übergangsregierung. Chaos heute Abend in Bukarest. Studenten demonstrieren noch immer vor dem Regierungssitz, fordern endlich die Wahrheit, nichts als die Wahrheit zu hören. Ihre Hauptforderung, die rumänische KP auch offiziell aufzulösen, das Parteivermögen zu beschlagnahmen, ist inzwischen erfüllt worden. Für Terroristen soll die Todesstrafe wieder eingeführt werden. Regierungschef Roman versprach öffentlich freien Dialog mit den neu gegründeten Parteien, verwies darauf, dass die Übergangsregierung bisher alle Versprechen gehalten habe. Die misstrauische Bevölkerung verlangt total, mit dem Kommunismus Schluss zu machen. Der Medienappell wurde befolgt, Mitgliedsbücher der rumänischen KP zu verbrennen. Aber nur wenige der fast vier Millionen Mitglieder von Ceausescus' Partei trauten sich persönlich zu den Gedenkstätten für die Opfer der Revolution. Groß ist die Angst vor Rachegefühlen. Familienangehörige und Freunde wurden geschickt, um auf diese Weise dem alten Regime abzuschwören, der Toten des Aufstands zu gedenken. Wacht auf, Rumänen, ein unter Ceausescu verbotenes Lied. Dem christlich-orthodoxen Brauch, nach drei Wochen die Verstorbenen zu ehren, schloss sich heute die neue politische Führung an. Die Front der nationalen Rettung. Mit Präsident Ilescu und Regierungschef Roman an der Spitze. Die wahrscheinlich etwa 10.000 Opfer beim Umsturz wurden durch Kundgebungen, Gottesdienste, Trauermärsche, Schweigeminuten und Sirenen geehrt. Obgleich kein arbeitsfreier Trauertag, war nicht nur hier in Bukarest die Bevölkerung an den vielen Gedenkstätten. Der Primärs der katholischen Kirche der CSSR, Kardinal Tomaschek, hat sich hinter die Entschuldigung von Staatspräsident Havel gestellt und die Vertreibung der Sudeten-Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg bedauert. Die Entschuldigung bezeichnete Tomaschek als wichtigen Schritt für die Entwicklung der Beziehungen zwischen der tschechischen und der deutschen Nation. Zugleich betonte der 90-Jährige, die Tschechen erwarteten mit Recht eine Entschuldigung von deutscher Seite für die grausamen Jahre der Unterdrückung durch das Naziregime. Der polnische Staatspräsident Jaruzelski hat mit Blick auf die in der Bundesrepublik geführte Diskussion die endgültige Anerkennung der polnischen Grenzen gefordert. Auf den Neujahrsempfang für das diplomatische Chor in Warschau appellierte Jaruzelski an alle Beteiligten des Zweiten Weltkrieges und insbesondere an die Siegermächte. Sein Land wolle eine wirkliche und dauerhafte Aussöhnung mit Deutschland, die frei von Zweideutigkeiten und Ausflüchten sei. Mit einem Staatsakt ist heute im Bonner Bundestag Gerhard Schröder geehrt worden, der am Silvesterabend im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Der CDU-Politiker war zwischen 1953 und 1969 in verschiedenen Regierungen Innen-, Außen- und Verteidigungsminister. Bundespräsidentin Süßmuth und Bundeskanzler Kohl würdigten den Verstorbenen. Gerhard Schröder, und so haben wir ihn erlebt, war ein Mann des Staates. Mit einem preußischen Pflichtbewusstsein im allerbesten Sinne dieses Wortes. Nüchternheit, Verantwortungsethos, Loyalität zeichneten ihn aus. Wir trauern um einen großen deutschen Patrioten. Mit einem handfesten öffentlichen Krach begingen heute die Grünen ihr zehnjähriges Partei-Jubiläum. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der drei Vorstandssprecher in Bonn forderte die zu den Realos gerechnete Ruth Hammerbacher ihre Kollegin Verena Krieger vom linken Parteiflügel zum Rücktritt auf. Frau Krieger hatte erklärt, die Grünen geierten nach Regierungsämtern. Das war noch mal wie ein richtiges Familienfest, als sich heute Nachmittag in Bonn die Urmütter und Väter der Grünen in die Arme fielen. Nur, dass die meisten der Festgäste, die einst die Grünen als erste bunte Vögel in Stadt- und Länderparlamenten vertraten, mit der Partei von heute nicht mehr allzu viel gemein haben. Nur der Stallgeruch der Gründerjahre verbindet viele noch. Dass es um die Grünen derzeit schlecht stehe, das hatte am Morgen auch der amtierende Bundesvorstand, passend zum Jubiläum, mit einem handfesten Eklat bekundet. Allen unten rufen zum Trotz sind die Grünen das erfolgreichste politische Projekt in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik. Die Wirklichkeit bewegt sich auf die grüne Politik zu. Das Problem ist, dass die Grünen die Tendenz haben, vor der Wirklichkeit wegzulaufen. Und ich habe den Eindruck, dass unsere im Moment eher trostlose Gegenwart uns daran hindert, unsere eigene Vergangenheit zu würdigen. Wenn es uns nicht gelingt, die Oppositionskultur zurückzugewinnen, dann werden die Grünen auch die nächsten zehn Jahre nicht mehr überleben. Problematisch ist es, wenn eine Sprecherin des Bundesvorstandes nicht die Partei repräsentiert, sondern offensichtlich sich nur als Lobbyistin für eine ganz bestimmte Strömung versteht. Ich fordere Frau Krieger auf, diese Funktion niederzulegen. Ehrliche Basisdemokratie in diesem Stil, das steht auch in einem heute vorgestellten Buch über zehn bewegte Jahre, hat den Grünen schon immer geschadet. Geblieben sind sie dennoch. Vier Kurzmeldungen vom Sport. Beim Tennis-Grand Prix-Turnier von Sydney in Australien verlor Boris Becker im Viertelfinale überraschend gegen seinen Davis-Cup-Partner Karl-Uwe Steeb mit 6 zu 7 und 3 zu 6. In Schladming gewann Armin Bittner den sechsten Weltcup-Slalom dieser Saison vor dem Österreicher Tritscher. Weltmeister Georg Hackl verteidigte im österreichischen Innsbruck auch seine Titel als Europameister der Rennrodler. Im tschechoslowakischen Haraschow gewann der 20-jährige Dieter Thoma das Weltcup-Ski-Springen auf der Großschanze und feierte damit seinen dritten Saisonsieg. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 13. Januar. Das Satellitenbild zeigt über Deutschland außer Nebel- und Hochnebelfeldern auch Aufweiterungsgebiete über dem Nordwesten und dem Süden. Über den britischen Inseln und dem Ostatlantik liegt ein Wolkenband. Der zugehörige Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer verlagert sich ostwärts und überquert bis morgen Abend in abgeschwächter Form das nördliche Deutschland. Der Süden bleibt im Einflussbereich der umfangreichen Hochdruckzone über Südeuropa. Die Vorhersage für morgen. Im Norden meist stark bewölkt und zeitweise etwas Regen. Im Süden überwiegend neblig trüb, vor allem in höheren Lagen auch aufgeheitert und im Wesentlichen niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen im Norden 6 bis 2, sonst 0 bis minus 5, südlich der Donau örtlich bis minus 15 Grad. Höchstwerte im Norden 4 bis 8, sonst minus 2 bis plus 3 Grad. Schwacher im Norden mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten am Sonntag keine durchgreifende Änderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Darin der Abstecher der CSU nach Leipzig und der Geburtstag der Grünen. Der Abstecher der CSU nach Leipzig und der Regel im Norden 8 bis 13.30 Uhr mit den Tagesthemen. Untertitelung des ZDF, 2020